Der Schutzmann heutzutag, hat manche Mühe und Plag, hat kolossal zu tun, darf Tag und Nacht nicht ruhen. Sein Amt ist riesig schwer, wenn mitten im Verkehr, frühes Abend weht, der an der Ecke steht. Es ist der Schutz, Schutz, Schutzmann zu so manchem nutzt, Kultur, früher viel zu dumm, jetzt wünscht es das Präsidium. Sein Amt ist der Arbeitpro, der neue Pro, 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 der neue Pro ist ein Präfekt, den wir in Kälte haben entdeckt. Wenn wir am Straßenrand erheben stolz die Hand, dann steht die Wagenwurz, dann kann die Leute durch. Doch wenn die Damenwelt sich gar zu ängstlich stellt, sich ebensammlich traut und taghaft um sich schaut. Dann ist der Schutz, Schutz, Schutzmann als Begleiter nutzt, dem taten Wesen reichst der Land, ein Kavalier, er seine Hand. Die mackeln Seelen froh, mit ihrem Pro, 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 mit ihrem Polizisten stramm, als schöne Leute übern ab. Bei Berna wird Goyer, gestohlen ein Kauier, der Dieben gießt gemopft, bin ich gleich nachgehofft. Als ich im Polenland die Dame endlich fand, da sah ich keine Spur von jener Perlenstur. Da war dem Schutz, Schutz, Schutzmann seine Klugheit nutzt, ein Mittelwand sich an ein Schnauß, da kam auf einmal alles raus. Warum, wodurch, wieso, nur durch den Pro, 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 den Polizisten zuerst verschwunden, wie man die Sache reicheln konnte?